Ich bin Natascha Rieger von Huberter Jagd und wir sind hier auf der Messe Augsburg Jagen und Fischen gemeinsam mit dem mobilen Schießkino, an dem beispielsweise Jungjäger auch für ihren Jagdschein trainieren können, Jäger trainieren können das ganze Jahr über. Meine Wenigkeit hat eben Produkte ausschließlich für Damen und wir haben uns jetzt auch beteiligt an dem Ladies Passion Siegel. Ich habe zwei verschiedene Artikel dort vorgestellt und habe dankenderweise eine Urkunde dafür erhalten, einmal den Tweetbow, den ich jetzt gerade um habe und auch einen wunderschönen Jagdhudi auch speziell für die Damen. Ja, wir würden uns freuen, wenn sie vorbeikommen auf die Messe und ja. Ich bin Natascha Rieger und ich bin Natascha Rieger und ich bin Natascha Rieger. Ich bin Natascha Rieger und ich bin Natascha Rieger und ich bin Natascha Rieger.